Hallo zusammen! Wir machen ja viele Fahrzeuge für verschiedene Postbetriebe. Fahrzeuge sind überall mehr oder weniger die gleichen. Menschen sind auch überall mehr oder weniger die gleichen. Briefe und Päckchen sind überall die gleichen. Boxen sind überall ganz verschieden. Ich sitze gerade auf dem Fahrzeug für Österreich. Das hat vorne die Boxen schräg angestellt in einem Winkel, damit man die Briefe besser herauslesen kann. Hinten haben wir Aluboxen, vom Heck her offenbar für vier Nachladenbehälter. Hier sind wir beim Schweizer Modell. Das Schweizer Modell hat hinten viele grössere Boxen und kann viel mehr mitnehmen. Türen von beiden Seiten. Beim finischen Modell haben wir die Türen nur von links, von rechts haben wir keine machen. Hier haben wir das andere Schweizer Modell mit diesen Cabrio Boxen, die wir speziell entwickelt haben. Hier steckt ganz schön Entwicklungsauffand dahinter. Überall sind andere Boxen. Wir werden zum Boxenhersteller und nebendran machen wir auch ein paar Elektrofahrzeuge. Gute Zeit!